Ja, fast am Ende dieser ganzen wundervollen Einlagen, die wir heute beschauen können. Will ich auch noch ein paar Worte an euch richten. Und zwar, wir freuen uns immer unglaublich, das Team und ich. Und wir sind auch alle Freunde, wir freuen uns immer. Ja, was geht denn? Wir freuen uns immer super, haben einen Spaß hier in Ebingen. Und deswegen, das Licht blättet mich gerade. Lieb, vielen Dank haben wir, dass wir hier wieder kommen dürfen. Es ist echt toll von ihr, dass wir immer wieder anklagen werden. Merci. Ja, meine letzte Erinnerung, ich glaube, auf dem Papier steht Überraschung. Ich kann nur sagen, es ist eine musikalische Einlage. Und ich selber muss sehr mit Ohren, weil ich selber ein bisschen musikalisch begabt bin, dass ich nicht mitmachen kann. Aber, ich werde sie natürlich unterstützen und schauen mal, was die Jungs heute auf dem Flügel zu präsentieren. Ich schau mal, wie weit sie sind. Also, alles bereit. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.